Ich versteh nicht, warum ihr bei Neos Marzipankartoffel-Geschichte mal zuhört, aber dass ich von ganz nass geworden interessiert kann. Das haben wir auch gehört. Ich hab doch sogar geantwortet. Und es hat gewittert. Ja. Das war ganz unheimlich. Und dann haben wir noch drüber geredet, dass es hier... Und ich habe Hagelkörner eingeartet und musste husten. Das? Ah! Ja. Das hast du eben nicht erzählt. Meine Tochter musste mich dann retten kommen. Okay. Ich bin außerhalb übrigens. In der Information hast du uns verschwiegen. Ja, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich interessant bin. Aber Steffi. Ich kreizmaul.